einmal runter mit dem mit diesem sky lifter reinsetzen und wohlfühlen oder heißes skyline oder wie auch immer skyline geht denn rauf auch nee ich muss ja und das auto muss ja zum auto alles runter ich will mich in das ding reinsetzen und unten ankommen noch keinen bauch hatte da konnte ich die kamera ganz anders hallo ich habe ja wie heißt das den großkopf mit 61 cm ich hätte mich auch an den ohren aufhängen lassen ich hätte mich auch an den ohren aufhängen aber dass ich von so einem netten mädel angezogen werde noch einmal in meinem alten leben jetzt hätte ich nie mehr waren mit 67 wir haben ältere gäste noch gehabt schon aber nicht putzen so einmal hinsetzen alles gut das ist mein bauch nach wie es nicht raus warte mal so jetzt muss ich natürlich das hier ein bisschen anders machen und das ist jetzt alles sonst nicht so richtig wie ich mir das was denn hier ich glaube der sinnesar so so entweder hier unten an der seite festhalten oder hier oben ok ich muss mal wichtig ist immer diese kamera das ist das herzstück der ganzen sache nicht hier unten an die verschlüsse greifen sonst habe ich nur also wir bleiben ja einfach so genau und los geht's viel Spaß danke hm na das ist ja absolut entspannt das ganze Leute jetzt kommt aber erstmal gleich hier der erste Knuddelbuddel ja ja ey das ist ja geil das ganze ohne dass ich irgendwas machen brauche ich kann das ja nur jedem empfehlen jedem empfehlen ja das ist absoluter Hammer ja man kann nicht bremsen man kann nicht beschleunigen man kann einfach nur runterfahren und das ist ja sowas von schön jetzt kommt eine satte rechts kurve mit flere her r r Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.